Schalldämpfer ist Schalldämpfer. Injan dead, vergleich dead. Leise dead. Nicht laut. Jetzt weiß ich, was die Geräusche sein sollen. So weird, ich habe ihn in den Kopf geschossen und alle anderen wussten gleich, wo ich bin. Und dass da jemand ist. Also, sorry, aber nee. Vielleicht muss ich doch wieder die eine Mod installieren, die Schalldämpfer wirklich leise macht. Offensichtlich ist das ja hier doch nicht ganz der Fall. Was ziemlich weird ist. Ich sehe schon, die Geräusche könnten vielleicht doch hilflich sein. Was hilfreich sein? Hilflich, genau. Hat ein echtes Wort? Eine Kamera. Die ist aus. Hat der noch Waffe dabei? Nee. Alright. Kann man den verstecken irgendwo? Nee, auch nicht. Ich würde sagen, hier straight rausgehen ist nicht so schlau. Da werden wir sofort von angesehen. Schätze ich mal. Hier hoch, weiss ich nicht. Das ist schlau. Das ist schlau. Und auch noch Leute, die ich nicht markiert habe. Das ist noch irgendwo. Hier oben gibt es keine Kamera. Da bin ich. Dann ist das richtig. Da ist noch was. Schön, dass alles so aufgebaut ist, dass man hier eigentlich schön durchschleichen kann. Und hier bin niemand entdeckt. Und hier bin niemand entdeckt. Nee, nicht, 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 nicht tödlich. Kann ich den bitte umbringen? Danke. Ich wurde tödlich drücken, aber ich habe mich tödlich gedrückt. Den kann ich gerade nicht entsorgen. Okay, mal kurz schauen, wo der hinläuft. Okay, der bleibt da stehen. Ist eigentlich gut. Okay, ich bin jetzt nicht gut. Er muss stehen bleiben, damit ich das Messer wirfen kann. Still und heimlich. Leise und unsichtbar. Schnell erstmal hier wegnehmen. Wenn ihn von da drüben niemanden sehen kann. Entsorgen kann ich den wahrscheinlich auch nirgends. Sieht zumindest nicht so aus. Also da drüben, aber es ist viel zu weit weg. Na ja. Danke sehr. Grosse Neueröffnung. Willkommen Grand Imperial Mall. So bei der grossen Neueröffnung der Grand Imperial Mall bieten wir Ihnen 30% Rabatt auf alles im Haus. Nur heute mit dem Code WELCOME. A30 GIM können Sie jetzt Ihren Rabatt in Anspruch nehmen. Hunderte von Angeboten für tausende Produkte. Sie können sich nicht entscheiden. Lassen Sie sich von einem unserer Verkaufsexperten beraten. Sie können nicht mehr tragen. Schauen Sie im Kino einen Film. Sie sind erschöpft. Kein Grund zu gehen. Schlafkabinen stehen für Sie bereit. Und denken Sie daran. Mit jedem Einkauf nehmen Sie automatisch an unserer Verlosung teil und können gratis Tickets für das Riesenrad und die Achterbahn gewinnen. Verpassen Sie nicht. Die beste Aussicht auf Night City's Skyline. Schön. Dazu kam es wohl nie. Okay, sonst gibt's hier gar nichts Spannendes mehr. Ach, da hätten wir ihn entzogen können. Ja. Es werden zwei Schüsse. Und das Misser reicht auch nicht. Können wir ihn leise überwältigen? Ohne damit das jemand mitbekommt. Wohin? Wohin mit dir? Dahin. Die grossen Dicken sollten wir leise überwältigen irgendwie. Weil eben unsere Waffen sind dafür nicht ausgestattet. Okay, der Ven ist da drüben. Warte, ist denn da hoch jemand? Wahrscheinlich schlägt das nicht. Doppeltü. Das ist spannend. Wo geht das hin? Das geht runter. Man weiss nicht, ob ich das will. Theoretisch müssten wir die ja nicht alle umbringen, aber ich würde es irgendwie besser finden. Vor allem gibt's ja hier auch mega viel Stuff zum Einsammeln. Das interessiert die gar nicht. Das reicht nicht. War das schlau? Das reicht nicht. Sonst gibt's ja nichts. Okay, bleiben zusammen, das bringt nichts. Kennen wir schon? Neue Öffnung. Ja. Vielleicht ist es doch schlau, eigentlich durchzugehen. Ohne dass uns jemand bemerkt. Oh shit. Shit. Das war gar nicht gut. Kann ich da ihn bitte hacken? True down. Schnell weg von da. Schnell weg. Keine Ahnung wohin. Come see our cyberware in G.I.A.M. Oh shit. Are you ready for the new year? Come see our cyberware in G.I.A.M. Er ist aber auch nicht dead. Ich brauche meine Kapitänzschuhe im Bild. Die kann ich nicht dahintragen. Es ist viel zu weit. Gab es oben irgendwas? Um sie zu verstecken? Die hat schon gerne verstecken, weil es gibt XP. Ich bin nur da draussen. Aber wir kommen eigentlich gut durch. Also abgesehen vom anderen Stück da. Wo ich nur geladen habe. Aber das war wirklich mies. Sorry, aber mit einem Schadamper auf den Kopf schiessen. Der meilen Weg, der entfernt ist. Und die anderen hören, das ist unmöglich. Und das hier drin haben die anderen dann nicht gehört. Komischerweise. Hier darf einfach niemand reinkommen. Denn sonst gibt's Probleme. Sorry, man kann sich doch dort entsorgen. Ich muss es tun. I'm sorry. Zumindest die zwei. Wegen den XP. Weil da sieht uns niemand, dass wir das machen. Oder sollte uns niemand sehen. So, es ist zwar mega laut immer, aber es hört niemand. Was mega weird ist. Und noch den zweiten da rein. Ich glaube zwei haben Platz oder? Zumindest zwei Leute entzogen. Ich weiß, wir können da mega durchrushen eigentlich. Und alle wegschiessen. Aber wenn halt gefragt wird, dass wir eigentlich leise sein sollen, probiere ich das wenigstens auch. Ich meine, es gibt wenigstens 10 XP. Aber, noch ganz kurz. Es gibt irgendeinen Booster, der macht... Ach nee, das war schlafen. Wenn man schläft, bekommt man irgendwie doppelt so viel XP oder mehr. Oder dreifach. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen und alles verkaufen, was wir niemals gebrauchen werden, damit wir bessere Übersicht haben. Ich habe gerade was genommen, was Minus bringt. Naja. Was soll's. Hier gibt's ja theoretisch eigentlich schon auch gutes Zeugs. Aber gerade nichts, sodass die Dinge brauchen könnten. Eine Ausdauer der Generation. Eine Ausdauer der Generation. Ich nehme einfach mal alles, die drei Stücke. Haben wir oben ein paar Buffs. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier durch? Mal kurz die Kamera nochmal hacken. Wir sind jetzt da drinnen. Wir müssen nach da drüben. Vielleicht gibt's nachher sowieso einen Kampf. Und dann war das eh alles für nix. Den könnten wir theoretisch, glaube ich... Ja, nee, den kann man nicht leise ausschalten. Das würde jemand bemerken. Den könnte man leise ausschalten, vielleicht. Andererseits weiss ich nicht, ob links oder rechts noch jemand ist. Wirbetafel. Ist das das Geschütz? Ich glaub's. Ablenkungsmanöver. Speichern. Ich weiss nicht, was ich hier mach. Ehrlich gesagt. Weil ich ja jetzt gerade wieder ein bisschen weggehe davon. Wir bräuchten halt Leute, die eigentlich... Einzelstehen. Aber da ist halt jemand anderes nebendran. Da sind auch zwei. Da hinten ist einer alleine. Die da unten könnten uns sehen. Wenn ich jetzt hier an den PC gehe, sehe ich mich. Das wäre mies. Aber es sieht aus, als ob das gut geht. Schön. Eigentlich funktioniert hier gar nichts. Na ja, wenigstens zwei Stück. Geh doch runter! Okay. Ähm. Ist das Ding verpackt? Sieht so aus. Sieht so aus. Oder man kann nichts damit machen. Raus sein. Ich würd schon gerne alle umbringen. Ich mein, das liegt so in meiner Natur. Dass ich eigentlich alles säubere. Wie es irgendwie bloss möglich ist. Oder nur möglich ist so. Ich sehe hier jemand drin. Ich sehe hier jemand drin. Ja. Zumindest eine Person. Still und armlich und leise. Wie Agent 47. Speichern. Immer schön speichern. Immer schön speichern. Es gibt hier. Oh shit. Es gibt halt hier so viel Stuff zu mitnehmen. Das ist das Problem. Und ich möchte alles haben. Ich möchte alles. Und ich möchte mit dir. Danke. Tschüss. 125 noch to go Wo gehen die zwei hin? Oh shit, die kommen hier rein. Ganz schwierig. Okay, man könnte die machen. Jetzt bloß bin ich so schnell, oder weißt du was, einer töte ich so, das war gut, das war unglaublich gut. Sorry, ich muss mich gerade beneissen, weil das doch schon gut war. Ja Placid ist irgendwie nicht zufrieden mit uns. Ich sage die ganze Zeit, wir sollen sie nicht umbringen. Oder wenn, dann bloß einer nach dem anderen. Und das mache ich eigentlich auch. Und da ist so, da ist eigentlich durchgehend. Ihr seid beide tot. Ob jemand finden wird, I don't know. Dann ist es jetzt der am Wagen nur noch eine Person. Also alleine. Das wollte ich damit sagen. Ich habe dich. In 2077, sie gewinnen, meine Stadt, die schlimmste Ort in Amerika. Hauptprobleme sind die höchste Zahl der Verkaufung, und mehr Menschen leben unter der Poverty Line, als sonst woanders. Musik 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 Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.